Jo Leute, herzlich willkommen zu den 5 Arten von Fortnite-Spielern, die sicherlich jeder kennt. Dieses Video war auf jeden Fall sehr viel Arbeit, deswegen würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Der Noob. So Leute, ich habe jetzt auch dieses Fort... Fortnit? Fortnitte. Entdeckt. Wo muss ich drücken für Spielen? Irgendwie so? Kannst du mir da helfen? Ist du dumm? Junge, das steht doch da. Wo? Du musst ja nie Fortnite gespielt. Unten rechts. Oh, jetzt habe ich da drauf geklickt. War das jetzt gut? Ich habe auch 1050... 1050 Münzen habe ich. Ist das gut? Ja. Mir kannst du dir Sachen kaufen. Waffen? Ne, Waffen nicht. Das sieht so cool aus wie ich. Okay, und was muss ich jetzt hier machen? Geht es jetzt hier schon los? Ah, hier sind Steine. Soll ich die Gegner damit bewerfen? Warte, ich versuche das mal. Oh, ja, ich habe, ich habe eine Waffe. Wir sind auf der Startung. Es gibt ja nicht los. Ja, hier sind doch welche... Wieso? Ich treffe die nicht. Wie öffnet, was ist das für ein Geräusch? Oh, ich habe die Mapp geöffnet. Zählt, 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 Tovers. Ist das gut so? Ja, ungefähr. Ich hoffe, da gehen keine Leute hin. Raus. Äh, wo Leertag... Ah, da. Ah. Okay. Ey, was bist du denn so schnell? Locker so ein Heck. Ne. Der Heck... Du hackst doch. Guck mal, wie schnell du unten bist. Du bist viel zu schnell unten. Ja. Leert hast du, um Hängegleiter einzusetzen. Ah. Ah. Okay, jetzt habe ich einen Hängegleiter. Jetzt bin ich bestimmt auch schneller. Oh, jetzt so bewege ich mich. Okay. Wieso bist du so schnell unten? Was muss ich machen? Du musst den Teilschen ausmachen und einfach nach unten fliegen, Junge. Nach unten fliegen? Das ist nur eigentlich nicht. Ich guck. Oh. Ah. Ah, ich hab sie gekriegt. Ah. Ah, okay. Dann komm mit zu mir. Ich öffne mal meinen Fall schon, sonst schaffe ich das nicht. Nicht, dass hier irgendwo Vögel sind und mir dann in die Düsen fliegen. Dann explodiert mein Fall schon. Okay, ich bin. Ja, Marich. Äh, auch nicht schaffe ich das. Wie stark ist sie denn? Wieso kann sie sich so gut halten? Das ist doch eine Frau. Oder umlegt Metall. Glaube ich, oder was ist das? Ähm, Metall, gewöhnlich, Welt, Ressource, 30. Okay. Okay. Komm, ich schaue mir. Oh, hier. Ich hör was? Ich hör Schritte. Da ist ne Waffe. Nimm die. E. Okay. Oh. Oh. Äh. Ich bin schon wohl. Aber ich war, glaube ich, voll gut. Guck mal, der hat ja noch 50 Leben. Ich hab dem voll viel ins Gesicht geschossen. Okay, ich hab jetzt gelernt, wie ich ganz schnell nach unten fliege. Aber ihr seid alle trotzdem schneller als ich. Und das Hacker. Öffnen die Karte, man kann's gucken, wo du bist. Oh, okay. Oh, hier sind Häuser. Soll ich in das linke oder in das rechte? Geh in das rechte. Okay, ich bin jetzt schon auf dem linken. Entschuldigung, das hab ich nicht mehr geschafft. Doch. Ich geh mal da runter. Moment. Nicht, wenn man sich bewegt. Hä? Ich hab voll viel Hellwiese, wurde ich angeschossen. Boah, Junge, du bist aber auch zum Schluss, wie darf ich schon oben nicht runterspringen. Warum? So nun ein Spiel. Das stimmt irgendwie so. Das stimmt. Komm, krieg den Gipsarm und dann ist auch wieder gut. Du musst uns anstreben. Was soll ich jetzt machen? Was ist das? Schild. Kleiner Schild. Okay, dann trink ich das. Zuerst der kleine und dann der große. Warum? Ist doch egal. Mach, 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 nein. Ist doch egal. Warum? Jetzt kannst du den kleinen nicht mehr nehmen. Dann krieg ich den halt jetzt. Ach, so schlecht. Ein kleines Schild mit erreicht. Hä? Warum? Wieso ist das denn erreicht? Ich muss dir erst klein trinken. Ich bin doch fast eigentlich nicht ruhig. Ich bin weg damit. Ich bin gut, lass mich mal. Ist doch egal. Der große hat eh besser geschmeckt. Oh, guck mal, voll gut. Ihr könnt jetzt keine Gegner mehr finden. Also jetzt sehen die uns nicht mehr. Dann können wir immer hier so, in die Ecke und dann schießen. Und dann noch mal arbeiten. Arbeiten. Wollen wir hin? Spreng? Boah, richtig passend springen gerade. Boah, voll gut. Nein, ich bin runtergefallen. Oh Mann. Komm, schnell wieder rein. Ich brauche mich auch so hoch. Ähm. Hier oben liegt, was du heilst. Okay, gut. Kann ich gut gebrauchen. Und dann kannst du die, anstatt schießen, kannst du die wieder nehmen. Oh. Jetzt macht der irgendwie so einen Trance. Was macht der da? Da hinten sehe ich ein Gegner. Zwei Gegner. Auf dem Berg da hinten bei... Das heißt, es ist weh. Sehr gut, sehr gut. Du bist für gut. Moment. Ich treffe mit der Pfandgang. Oh, Schaden. Oh, ich habe den Richtigsten der Pfandgang. 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 Da hinter dem Baum da. Oh, ich habe den Baum weggemacht. Ich hatte keine Deckung mehr. Hier runter. Ja, ich bin unten versteckend. Ich mache mal diese Bandage da rein. Ich habe noch... Soll ich erst den kleinen jetzt trinken? Erst klein. Okay, mal weg. Oh. Oh. Wieso liegst du da jetzt? Bist du müde? Bist du müde? Okay, ich mache mal. Nein. Nein. Von hinten. Ey, die doofmänner. Lass das doch. Lass mich allen in Ruhe. Wann das Spiel macht keinen Spaß. Der Pro. Ja, ist egal. Wir hauen die weg. Ich bin weggeflogen. Ich habe einen Pump. Was machst du denn, Alter? Du bist so dumm, Alter. Meine Güte, hab einen. Guck hier, siehst du? So, ich bin der Pro. Immer direkt finishen. Wo? Hier. Nicht dahin. Ja. Sehr gut. Einige Hütte. Ich habe auch eine richtig gut. Hier ist einer München. Bitte. Ich bin der Tänzer. Ich bin der Tänzer. Schau mal den mal. Ja, der gefällt mir auch sehr gut. Wenn wir, sollen wir chill dit, dann können wir mal tanzen. Mit allem, vielleicht. Nein, wir gehen hier hin. Nein, Moment, wir gehen hier hin. Das ist aus dem Disco. Dann können wir gut abdäntzen. Okay. Guck mich an, beste Kumpel in 3, 2, 1. Jetzt. Ja. 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 Ja, ja. Der Aggressive. Ich könnte mich übergeben. Ne, 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 ne. Das regeln wir jetzt hier ganz anders. Junge. Was willst du, Alter? Junge. Mann. Ich muss mal eine vernünftige Waffe finden. Das ist unglaublich. Was soll das? Junge. Scheiß Küche, Alter. Nicht mal von... Meine Güte, Alter. Die waren nicht original. Ich muss mal von Ikea holen. Obwohl, der hierher von Aldi. Ey, Junge, was ist denn dein Druck denn? Hex. Hex. Peker. Don't need to resist, stay high. .. Don't need to prayer, high. Don't need... So, der Ängstliche. Okay. Auf weitere Spiele. Oh Gott, das ist nicht mehr aber sehr gefährlich. Oh mein Gott, das ist viel zu schwer. Nicht, dass ich hinfalle. Oh mein Gott, ich habe einen Gegner gesehen. Ich habe einen Gegner gesehen. Stirb! 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 Komm schon, stirb! Stirb! Nein! Ah! Äh. Stirb! Ich lebe. Ich habe irgendwie einen getötet. Ah! Oh mein Gott, ich bin fast tot. Ich bin fast tot. Oh mein Gott! So gefährlich. Tschüss auf mich! Ich will einfach nur noch weg. Lass mich hier weg. Mach was weg. Ich muss hier eine Wand hinbauen. Da ist er! Ah! Es ist vorbei. Es ist vorbei. Ja. Ich brauche das nie wieder spielen. So Leute, das war's jetzt hier mit dem Video. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich echt wirklich über ein Abo freuen. Ja, ich hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder dabei. Bis zum nächsten Mal. Und... Tschau! 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 Vielen Dank.